Herzlich willkommen bei der Firma Heinz Schürmann, der älteste in private Hand befindliche Mineralölhandel in Krefeld. Unsere Tankstelle ist die älteste vollautomatische Geisterstation in Deutschland. Bei der LPG-Zapfsäule handelt es sich um die erste LPG-Station Krefelds im 24-Stunden-Dienst. Auch unsere SB-Waschplätze und die Portalanlage sind, außer an Sonn- und Feiertagen, im 24-Stunden-Dienst immer für Sie verfügbar. Die Propan-Füllanlage erreicht eine Tageskapazität von maximal 8.000 Tonnen. Firmen-eigene Alupropan-Flaschen sind 7,4 Gramm leichter als Stahlflaschen. Außerdem verfügen wir über ein Tauschgasflaschenlager und ein Holzlager. Alle Transporte werden mit eigenen Fahrzeugen durchgeführt. Unser Heizöl-Notdienst ist 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für Sie da. Das ist einmalig in Krefeld. Wir verfügen über ein Fahrzeug für Sondereinsätze und, in der heutigen Zeit eine absolute Ausnahme, ein Tanklager für Heizöl und Dieselkraftstoff in der Hand eines freien Mineralölhandels mit über 60-jähriger Familientradition. Die Füllung von Ballons für kleine und große Anlässe erfolgt direkt vor Ort. Egal ob persönlich oder telefonisch, der Empfang ist die Anlaufstelle für alle Kunden. Bei Fragen beraten wir Sie gerne persönlich. Rufen Sie uns an. Die Füllung von Ballons für die Anlaufstelle